Der erste Impfstoff gegen das Coronavirus ist von Swissmedic zugelassen. Und ehrlich gesagt, ich würde nicht impfen lassen. Ja. Was findest du jetzt? Impfen oder nicht impfen? Ich würde auf jeden Fall impfen gehen. Ich bin sehr negativ, was die Impfung angeht. Ich würde mich selbst impfen lassen. Ich vertraue der Wirtschaft, äh, der Wissenschaft. Kann man das rausnehmen? Sag's doch nochmal. Das ist die grösste Impfaktion, die sie in der Schweiz gegeben hat. Im Moment läuft die Covid-19-Impfung. Kann ich noch etwas fragen? Hallo zusammen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was in diesen Impfdosen drinsteckt. Ich persönlich würde jetzt eher noch warten und so schauen, was die Nebenwirkungen sind. Ich halte es irgendwie für sinnvoll, wenn sich vor allem die Alte impfen, die sie irgendwie am meisten gefährdet sind. Die Nebenwirkungen der Krankheit sind viel schlimmer. Es kann sein, dass es am Anfang ein wenig bränt. Es ist schon fast vorbei. Ach, stimmt. Ich habe dann gesagt, aber habe ich dann vier Wochen noch einmal für die zweite Impfung? Ja, ich bin mir noch. Ja, sicher. Aber ich weiss, es gibt eine Macht auf dieser Welt, die die Menschheit unter Kontrolle halten will. Brauchst du kein Beweis für so etwas? Ich weiss, dass ich Ihnen einen Beweis geben will. Ja. 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 Wir arbeiten sonst eigentlich nicht für das Spital Thun, sondern ich bin Anästhesiearzt in Bern. Aber im Moment nicht voll ausgelastet, weil wir natürlich auch reduzierte Programme haben. Wir begleiten einfach, ist gut. Das ist gut. Und schauen zu, was Sie machen. Ja, top. Ja, legen wir dann los. Gut. Gut. Prima. Welche Dosen habt ihr jetzt hier? Das sind 50 Impfdosen, geholt auf 4 Grad. Es ist Anfang Januar. Seit einer Woche wird im Kanton Bern geimpft. Ich bin froh, dass ihr da seid. Danke. Schauen wir mal, was es braucht. Ja. Zu diesem Zeitpunkt ist der Schweiz-AV1-Impfstoff zugelassen. Die Nachfrage ist viel grösser als das Angebot. Die Kontingente, die wir bekommen, werden ja vom Kanton gesteuert. Und wir versuchen einfach wirklich, jeden Tropfen zu nutzen, jede einzelne Dosis auch zu verimpfen. Ja, hoffen wir bleiben so. Es gibt vielleicht auch mehr Impfstoffe in der Zeit. Wollte ich mich impfen oder nicht? Das haben die Bewohnerinnen und die Angestellten dieses Heims schon vor diesem Termin entschieden. Es sind alle informiert worden, dass sich jeder schon mal Gedanken machen kann, kommt die Impfung für ihn infrage oder nicht. Uns wird wirklich der freie Entscheid, der freie Wille berücksichtigt. Und es wurden auch alle informiert, dass es keine Restriktionen gibt oder so, dass wirklich der Wille auch akzeptiert wird. Musik Musik Einen Impfstoff wie dieser gegen Corona gab es noch nie. Es ist eine genbasierte, sog. mRNA-Impfung. Entstanden ist sie innerhalb eines Jahres. So schnell wie vorher noch kein Impfstoff. Könnt ihr die Skepsis gegenüber dem, was ihr vorbereitet? Verstehen? Verstehen, ja. Aber ich denke, es ist nicht gerechtfertigt. Ich glaube, so viel Vertrauen darf man an. In die Medizin, in die Pharmazie und in die, die den Impfstoff entwickeln. Es gibt ja kritische Stimmen. In die kann man ja auch vertrauen. Darf ich zahlen? Ja, ja, Entschuldigung. Skeptisch gegenüber Impfungen ist das Pflegepersonal. Schon immer gewesen und auch jetzt bei dieser Corona-Impfung. Okay, besser. Mir nimmt Wunder, ob es Heim oder Spitäler gibt, die ihr Pflegepersonal wegen diesem unter Druck setzen. Mhm. Gut, aber eben das schon. Gleich gibt es ein Grundrecht von Unversehrtheit des Körpers. In der Regionalzeitung bekomme ich einen Hinweis. Ich weiß jetzt tatsächlich von diesem Heim, ob die Impfung im Heim obligatorisch sein wird oder nicht, will der Vorstand diese Woche entscheiden. Hier. Ich will vom Heim wissen, ob es schon entschieden wurde. Grüß Sie. Hier ist Winzeri zum Schweizer Fernsehen. Der Bund und die Kantone lehnen im Moment ein Impfobligatorium ab. Private Arbeitgeber können wegen diesem aber trotzdem eine Impfpflicht einführen. Rechtlich zwar heikel, aber machbar. Ja, gut. Also, dann verblieben wir so. Gebt mir Bescheid, ob Sie uns das noch läutern, warum wir diesen Entscheid gefällt haben. Seid das mündlich oder schriftlich. Okay. Danke vielmals. Wiederhören. Also, das Heim hat tatsächlich sich entschieden, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Vertrag vorzulegen, dass entweder sie sich impfen oder dann müssen sie mit der Kündigung rechnen. Also, das ist jetzt meines Wissens tatsächlich das erste Heim in der Schweiz, das das so macht. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Gruppierung, die sich Freunden der Verfassung nennt. Das ist eine Gruppierung, die grundsätzlich die Massnahmen vom Bund bezüglich Corona ablehnt. Grüße, Herr Bubendorf. Grüße. Ich muss noch etwas vorbereiten. Ich ziehe mich noch um. Ich hoffe, dass ich das noch schnell mache, dann schaue ich. Michael Bubendorf, Sprecher der Verfassungsfreunde, demonstriert gegen die Maskenpflicht auf seine Art. Wir müssen das so probieren, dass wir uns maskieren in einer Art und Weise, wie es aktuell erlaubt ist, aber ins Absurde reintreten. Okay. Also Impfpflicht lehnt ihr ab, aber auch die Impfempfehlungen lehnt ihr ab? Oder sind das richtig? Wir lehnen nicht grundsätzlich Impfempfehlungen ab, aber wir finden in der aktuellen Situation mit einem sehr schnell zugelassenen Impfstoff und sehr wenigen Daten und Fakten müssen wir mit Impfempfehlungen mit grösster Vorsicht vorgehen und auch auf die Risiken hinweisen. Und was uns am Allerwichtigsten ist, dass man auf jeden Fall immer die Krankheitsgeschichten von den Leuten mit einbezieht. Die Gruppe der Verfassungsfreunde gibt es erst seit einem halben Jahr. In dieser Zeit haben sie schon zwei Referendums zustande gebracht und bringen die Vorlagen vor das Volk. Die sog. Covid-Gesetz und das Terrorgesetz. Die Unterschriften übergeben sie am kalten Januar morgen der Bundeskanzlei. Jetzt können wir mit dem Pavi anhören. Wir haben hier unsere Freude und Helfer. Bravo! Mit diesem Erfolg kann man sagen, dass an uns im Moment niemand vorbeikommt, wer ein neues Gesetz will einreichen. Es gibt in der ganzen Schweiz Leute, die wirken, dass etwas im Busch ist und dass man sich bewegen muss. Bravo! 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 Freiheit ist das Einzige, was zählt. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Das sog. Terrorgesetz haben ursprünglich junge Parteien wie die Juso lanciert. Aber diese wollen mit den Verfassungsfreunden nichts zu tun haben. Begründung der Jungsozialisten, die Freunde vor der Verfassung würden das Coronavirus verharmlosen. Gibt es für euch die Covid-19 oder nicht? Das ist eine bierenweiche Frage, wenn ich das auf gut Baseldeutsch sagen darf. Selbstverständlich gibt es eine Krankheit Covid-19, die schwere Verläufe haben. Wir haben eine Bedrohung, eine reale Bedrohung, die man korrekt einschätzen kann, was unserer Regierung nicht gelingt. Warum gelingt sie nicht? Ja, ich denke, einer der Gründe, warum das nicht gelingt, ist, weil sie nur Wissenschaftler aus einer Seite anhört. Weil sie sich im Dialog mit der Bevölkerung verweigert und weil sie nicht bereit ist, alle Wissenschaftler zuzulassen, die etwas zu sagen haben. Und darum reagiert sie unverhältnismässig, sie reagiert nervös und sie reagiert übergriffig. Darf ja jeder etwas sagen? Natürlich, die Frage ist, wird er gehört? Haben Sie den Eindruck, dass die kritischen Wissenschaftler, diejenigen, die sagen, dass die Massnahmen unverhältnismässig werden, haben Sie das Gefühl, die werden gehört? Ich sehe nicht, wo diese Leute gehört werden. Ich habe das Gefühl, wir sind in einem Gesundheits- und Totalitarismus bereits angekommen, und wir müssen jetzt Schlimmeres verhindern. Ist das nicht wahnsinnig polemisch, was Sie sagen? Was macht es polemisch? Es ist, dass es Angst steuert von etwas, wo ich in diesem Moment keinen Grundlage sehe. Wenn Sie mit Ihrer Maske im Gesicht sagen, dass Sie diesen Totalitarismus nicht sehen, dann schauen Sie nicht sehr weit. Das ist doch ein Risiko am Weg. Es geht ja immer darum, was ist das Risiko für die Personen, die wir jetzt sagen, die wollen wir schützen, nämlich die Personen, die gefährdet sind. Das könnt Ihr nicht nachvollziehen? Doch, natürlich kann man das nachvollziehen. Ich habe auch Angst, sogar grosse Angst. Vor was? Ich habe Angst vor dem übergriffigen Staat, der mein ganzes Leben durchdringt. Ja. Grüße. Jetzt gibt es einen vollen Kopf von all dem, was ich gehört habe, und auch das Gefühl, ich habe längst nicht auf alles eine Antwort gewusst, respektive eine Frage. Was mir gesagt worden ist, sicher ist, das Vertrauen in die Institution, in die Regierung ist von diesen Freunden der Verfassung massiv gestört. Ich frage mich, wie viele Menschen in diesem Land im Moment ähnlich empfinden. Menschen, die die Verfassung hochheben, schlecht behandelt werden. Gewissheiten scheint es seit Corona keine mehr zu geben. Wir können sicher auch ein Geburtsdatum verraten. 9.1.34. Wunderbar. Tipptopp. Ihr hattet morgen keinen Fieber? Wie? Ihr hattet morgen keinen Fieber? Wie? Nein, Fieber. Ah, Fieber? Nein. Gut. Wieso wollt Ihr euch impfen? Ja, aus Sicherheitsgründen. Der Elbo wird etwas angestöpft. Also, sicher ist man ja nie. Aber ich denke, Vorbeuge ist besser als heilen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Heims bekommen von mobilen Impfagipen des Kantons Bern die erste Impfdosis. Von allen, die hier wohnen, lassen sich impfen lassen. Wir sind in den Impfdosis. Ist das gegangen? Ja, ich habe ja nichts gespürt. Ja, ist fertig. Schon? Also, es ist dann gut gegangen. In vier Wochen kommen wir mit der Deva die zweite in. Ja, danke vielmals. Also, ihr zusammen. Wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag. So, wie ist mein Abend? Ja. Es ist eigentlich auch nicht anders, wenn ihr die Rippen nimmt. Nein, nein. Ihr dürft den Rillbogen anlegen. Kann sein, dass es ein wenig brünnt. Ja, ja, ist gut. Als wäre es gewesen. Es ist jetzt wirklich nicht der Abend. Gut, danke. Wenn nicht etwas nachkommt. Wir wären die ersten. Das ist gut. Ich würde das denken, so gerne. Danke. Das ist der. Wieso habt ihr vorhin gesagt, es hat noch nie jemanden auf die Impfung reagiert? Ähm ... Also, wir haben im Impfzentrum bis jetzt keine negativen Effekte feststellen. Und von daher sind wir sehr froh, dass das so ist. Aber es zeigt natürlich, dass das offenbar ein sehr guter Impfstoff ist und sehr, sehr wenige Nebenwirkungen. Das Risiko ist sicher nicht null, aber es ist sicher vertreibbar. In England gab es ja die Reaktionen auf diesen Impfstoff. Und wenn es darum geht, dass die Ärzte seriös informieren, konnte man ja sagen, dass es schon nicht gab. Wir hatten keine Reaktionen. Und vorhin, als ich gefragt habe, dass man ja auch vertrauen kann in kritische Stimmen. Hät ihr für das auch Verständnis? Beschränkt. Nur beschränkt. Ich denke, die Impfung ist sehr effizient, sie ist sehr sicher. Und ich denke, es ist ein wichtiger Schritt für die Bewältigung dieser Pandemie. Ein Virus bestimmt unser Leben, seit einem Jahr. Für viele kleine und mittlere Betriebe eine finanzielle Katastrophe. Wir sind unterwegs in Zürich. Wir gehen jetzt zu jemandem, der die Corona-Krise extrem getroffen hat. Jemand aus der Gastrobranche. Ich möchte von ihm wissen, ob er jetzt mit dieser Impfung einen Ausweg gesetzt. Hallo. Hallo miteinander. Hallo. Ich bin Katrin Winzeri. Hallo. Ich bin der Kriegi. Hallo. Kriegi, gehen wir. Hallo miteinander, genau. Hallo. Hallo. Was läuft noch bei euch? Ja, wir müssen uns da mit Päckchen rausgeben. Im Moment. Wir hätten lieber voll das Restaurant. Aber ... Also, es heisst Päckchen sogar Take-away? Josef hat Home Take-away Essen. Es ist vorbereitet zu essen. Wir sind nach Hause in den Ofen. Es heisst, was man tun muss. Und dann innerhalb von ein paar Minuten ein Viergänger für sich zu Hause machen kann. So kann sich das Restauranterlebnis reinholen. Das ist jetzt für zwei Personen ein Fleischmenü ohne Weinbegleitung. Einfach in den Backofen. Genau. Es hat hier eine Anleitung Schritt für Schritt, was er dazu braucht. Klar. Aber das ist ein Riesenaufwand. Ja, das ist ein Riesenaufwand. Ja, das ist ein Riesenaufwand. Einfach null Summen. Es ist gut für den Ruf. Wir sind im Gespräch in der Stadt. Es ist auch wichtig, dass man nicht in drei Monaten in der Versenkung versinkt. Und dann, wenn man wieder aufmachen muss, von vorne anfangen muss. Und für viele ist ja das Wasser im Hals. Das ist bei euch ... Das ist bei uns auch der Fall. Oh, der Fall. Ja, ja. Es ist jetzt mit der Härtefallregelung, aber ... Ich darf das offen sagen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo wir das Geld bekommen können. Am 20. Februar lösen wir die Februarlöhne aus. Kurzarbeit kommt dann drei bis vier Wochen später. Ich merke schon, dass sie mit gewisser Unruhe am Morgen oder heute Nachmittag mit dem Verwaltungsrat schnell ge- e-mailt und weiter besprochen haben. Das ist schon ein Druck da, den ich mir aus dem Alltag in den letzten 15 Jahren mache. Dass ich so nicht gewohnt bin, das ist eine ausserordentliche Situation. Man hat halt auch die soziale Verantwortung, also die ganzen Mitarbeiter, die man ja nicht entlassen will. Möglichst lange kann eine Kurze arbeiten lassen. Im Moment auch noch niemand hätte entlassen müssen. Aber es wäre doch schon ein Desaster. Irgendwann muss man dann die Bilanz hinterlegen, weil man das Geld einfach nicht mehr hat. Willst du das nehmen, wir bringen dir die Grossen raus. Perfekt, merci. Gerne doch. Sich über Wasser halten, sei das Motto, sagt mir Christian Gammer. Laut einer aktuellen Studie der ETH Zürich sagen 59 % aller Restaurants, ihre Existenz sei bedroht. Olinie, bei dir alles gut? Es gibt so viele Betriebe, die in der gleichen Situation sind wie wir. Die können uns ja nicht alle pleite gehen lassen. Wenn alle die Leute auf der Strasse stehen und die Läden leer sind und die Mieter nicht mehr reinkommen und du hast noch jenseits Zulieferer, das wäre ein Desaster. Von daher probieren wir, ein bisschen bei Laune zu bleiben. Es bringt auch nichts, sich kaputt zu machen, solange man noch nicht weiss, was passiert. Wenn er schon könnte, würde er sich sofort impfen lassen, sagt mir der Chef von Betz. Halt Masken auf, bitte. Haben nicht alle Masken anders? Doch, eigentlich schon. Aber die rutschen einmal über die Nase, so der Klassiker. Grüezi. Ist die Impfung in den Augen ein Auswert? Es ist die grosse Hoffnung, dass man ein Stück in die Normalität zurückkommt. Also, dir erwartet jetzt, dass die Leute sich impfen lassen? Ich hoffe, dass sich die Leute hier impfen lassen. Ich finde, erwarten kann man es nicht. Das muss jeder für sich selbst abschätzen. Und darf ich fragen? Ja, sicher. Sind die Leute nicht impfen? Ich möchte mich schon impfen, wenn es wirklich so gut wäre. Und die anderen darf ich auch noch fragen? Selbstverständlich. Er ist ... Ich habe keine Probleme mit dieser Impfung. Warum? Ähm ... Ich glaube ans Gute. Leint das? Das reicht. Darf ich euch noch fragen? Verlassen Sie sich impfen? Das ist eine gute Frage. Vorwärts kann ich noch nicht antworten. Eigentlich weiss ich es nicht. Vorwärts nicht. Anwarten. Aber das habt ihr jetzt voneinander nicht gewusst? Oder habt ihr es gewusst, dass ... Nein, ich glaube, wir haben es so nie diskutiert. Nein. Wir haben es angesprochen. Aber ich finde, dass ... Also, wir reden in dem Sinne auch nicht über Religion, weil wir so viele verschiedene Religionsfreiheiten haben und Meinungen auch haben. Seht ihr, es geht wie in die Religion reinimpfen? Ja, ein Stück weit muss man ein bisschen aufpassen bei gewissen Leuten, habe ich schon festgestellt. Zum Glück nicht bei uns im Laden, aber mit Gästen habe ich schon festgestellt, dass die Meinungen sehr, sehr verfahren sind. Laut einer repräsentativen Umfrage würden sich im Moment 41 % impfen lassen. Eine Woche heute impfen, findest du, soll jetzt gehen? Punkt, Schluss. Ja. Also, ich finde, da muss man überhaupt nicht diskutieren. Impfung ist für dich nicht der Weg aus dieser Pandemie? Das weiss ich eigentlich nicht. Weil ich traue dem nicht, ich lasse mich auch nicht impfen. Meine ganze Familie arbeitet im Gesundheitswesen. Sie sind auch sehr skeptisch. Was sagst du? Ich glaube, es ist schon okay, wenn wir die Impfung jetzt nehmen würden. Warum? Dann sage ich endlich mal rum und dann könnte man wieder normal leben. Der Riebstoff ist wirksam, sicher und das ist eine sehr gute Nachricht. Ich vertraue allgemein den Regierungen, den Staaten überhaupt nicht. Weil denen geht es nur um den Cash, denen geht es nur um das Geld, nur um den Profit, nur um denen ihre Scheissmacht. Und du kannst ja wählen hier, du kannst dich ja beteiligen. Ja, wählen, 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 aber trotzdem. Ich meine, der Bundesrat macht trotzdem den Scheiss, was er will. Ja, Spinner gibt es überall. Also nein, Spinner nicht, aber es ist eine Verschwörungstheorie wie überall auch. Die ganzen Bedenken, die es gibt, verstehe ich. Aber ich finde, wir sollten es probieren. Und wenn es Experten empfehlen, finde ich es meistens sinnvoll, dass man auf dich losfindet. Das gibt es Wissenschaftler und Experten schlussendlich. Menschen sterben und man soll das ernst nehmen und versuchen, mitzutragen. Also, ich weiß nicht, ich kann nicht reisen oder nicht einkaufen. Und wir müssen es machen. Ja. Vielleicht, wenn ich z.B. andere Arbeit suche und der Chef sagt, haben Sie Info gemacht? Nein. Okay, nein. Davor haben Sie Angst? Ja. Okay. Angestellte, die sich unter Druck fühlen, V.a. mit der Pflege ist das ein Thema. Das Heim, das seinen Mitarbeiterinnen mit Kündigung droht, falls sie sich nicht impfen lassen lassen, hat sich immer noch nicht gemeldet. Warum setzt der Arbeitgeber sein Personal wegen dieser Impfung dieser Art unter Druck? Mittlerweile habe ich die Weisung, die Mitarbeiter vom Heim bekommen haben. Eine drastische Massnahme bis jetzt ohne offizielle Begründung mir gegenüber. Ich treffe Pflegende, die zwar nicht droht, wird mit Kündigung, die aber wegen dieser Impfung Stress haben bei Arbeit. Die Pflegefachfrau möchte anonym bleiben. Was passiert bei euch beim Arbeitgeber? Das ist von oben, von der Spitalleitung, die sich mit Videobotschaften an uns wendet. Bis jetzt waren alle Impfungen auf freiwilliger Basis. Jetzt merke ich, da gibt es einen Unterschied. Dass wir in eine Richtung gedrängt werden, wo ich eine Intervention an meinem Körper machen sollte, das wahrscheinlich gegen meinen Willen geschehen wird. Was macht die Corona-Impfung mit der Gesellschaft? Die Geimpften sind die Guten, die Solidarischen. Und ich, der mich dem Impfen verweigern will, bin verantwortungslos und asozial. Und mit diesem Stempel habe ich Mühe, weil das bin ich nicht. Warum könnt ihr das nicht öffentlich sagen? Die Weltverschwörer kommt auch sofort. Ich bin absolut keine Impfgegnerin. Mein Impfstatus ist aktuell. Aber da geht es von mir aus wirklich um eine andere Nummer mit diesem neuen Wirkstoff. Die Corona-Krise polarisiert die Gesellschaft. Mit Impfkritikern und Corona-Massnahmengegnern in Kontakt zu kommen, ist für mich fast unmöglich. Ich bekomme eine Absage mit der Begründung, Medien wie das Schweizer Fernsehen seien nicht vertrauenswürdig. Es gibt gar keinen Impfzwang. Das ist sogar verboten im Gesetz. Impfobligator. Aber Impfobligator ist etwas anderes. Das Schweizer Fernsehen höre ich zu den sog. Massenmedien und mache Propaganda, sagt man mir. Informationen von Impf- und Corona-Kritikern würden mir bewusst verzerren und falsch wiedergeben. Impfkritiker und Corona-Gegner vernetzen sich online und verbreiten dort ihre Botschaften. Besonders beliebt ist der Messenger-Dienst Telegram. Hier gibt es z.T. krasse Falschmeldungen ohne Zensur. Die Wahrheit von YouTube gelöscht. Können wir es mal sehen? Die Tech-Plattformen greifen mittlerweile ein. Da hat YouTube ein Video der sog. freiheitlichen Bewegung Schweiz gelöscht. Eine Gruppierung sagt mir schliesslich zu. Wir sind unterwegs zu einem Ort, wo geheime bleiben muss. Wir gehen zu dieser Gruppierung Freunden, der von Gastronen und gehen dort durch die Kampagnezentrale. Noch eins. Hallo? Hallo? Also, es ist das falsche Haus. Es ist wirklich geheim, wenn man nicht angeschrieben ist. Es ist auch hier nichts angeschrieben. Wir irren umeinander. Das ist Absicht, oder was? Nein, wir können nicht angeschrieben. Wir bekommen Treuungen von besorgten Bürgern. Entsprechend müssen wir den Standort geheim halten. Also, was für Treuungen? Ja, gegen uns als Personen, gegen Leib und Leben, gegen ... Ja, weil wir uns so engagieren. Das sehen nicht alle. Ich weiss auch, wir haben viele Unterstützer. Wir haben viele Leute, die das super finden, was wir hier machen. Ich konzentriere mich mehr auf diese. Wir sehen hier, das sind alles Briefe, Zuschriften von Leuten, die uns unterstützen und uns in dieser hektischen Zeit auch ganz viel Mut bekommen. Was schreibt Ihnen das an? Herzlichen Dank für Ihre grosse Arbeit, freundliche Grüße. Ich hoffe, ihr schafft es. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Vielen, vielen Dank. Ich denke, es ist eine Situation, die für viele sehr bedrohlich ist. Was ist das besonders bedrohliche? Dass man in einem Staat leben, das unser Leben bis ins Letzte Detail bestimmen möchte. Der Verein Freunde der Verfassung hat laut eigenen Angaben mittlerweile 5'000 Mitglieder. Das nächste grosse Ziel ist der Abstimmungskampf gegen sog. Covid-Gesetz. Aktuell im Fokus die neue mRNA-Impfung. Und jetzt haben wir etwas, was dazu noch ein neues Verfahren ist, wo man in wenigen Monaten sagt, das ist hier, das schützt und ist auch völlig ungefährlich und Langzeitwirkungen haben wir keine. Wie will man das wissen? Wie will man nach einer Entwicklungszeit von fünf Monaten wissen? Langzeitwirkungen geben. Die sind nicht bekannt. Es kann Langzeitwirkungen geben. Nein, es sei nicht bekannt. Dass es nicht bekannt ist, wird so gesagt. Dass man von jemandem verlangen kann, dass er sich stofflos spritzen lässt, wo man nicht weiss, ob die Langzeitwirkungen hat und welche, ist für mich sehr, sehr übergriffig. Aber der Staat verlangt es nicht? Genau. Stand heute ist das noch nicht so. Durch die Situation jetzt, habt ihr Zulauf? Ja, das ist eindeutig so. Wir haben uns gegründet mit dem Ziel, etwas zu machen gegen die Pandemie-Willkür. Und entsprechend, weil in der Bevölkerung wirklich viele Leute da sind, die nicht einverstanden sind, wie es heute läuft, haben wir auch den Zulauf. Wir haben davon profitiert. Ich freue mich auf nichts mehr, als auf den Moment, wo wir den Verein auflösen können, weil wir unser Ziel erreicht haben. Könnt ihr uns ein Bild skizzieren? Wer ist das dabei? Wir haben Leute aus dem gesamten politischen Spektrum. Und wir haben, soviel ich es beurteilen kann, keine Extremen. Die Leute, die ich kennenlerne, sind alles Leute, die sich sorgen um die Freiheit, die sich sorgen um die Solidarität in der Schweiz. Wo stehen wir denn im Moment? Wir haben viel Freiheit verloren. Wo? Weil die Regierung uns sagt, was wir machen dürfen und was nicht, in einem Ausmaß, wie sie es vorher nicht gemacht hat. Absehbar? Ihres Wort in Gottes Ohr. Ja. Super, so ist mein Name. Ich bin der Infarzt. Grüße Sie. Grüße Sie. Ganz schlecht. Frau Bundy ... Zurück im Aldersund Pfleckheim Eige. Ist es gut? Es ist gut. Ja, ja. Es ist interessant. Nicht verknüpfen. Gibt es ein Stöchchen? Auszuhalten. Ja. Gut. Es ist fertig. Vielen Dank. Gern geschehen. Okay. In vier Wochen noch eins. Gibt es eine Bilanz, Herr Supersaxo? Ja, die Bilanz ist eigentlich, dass wir nach Plan arbeiten konnten. Der Ablauf war gut organisiert. Nein, wir sind sehr zufrieden. Alle Bewohnerinnen haben die Impfung gut verdreht, sagt man später die Heimleitung. Von den Pflegenden hier will sich ein Drittel impfen lassen. Lassen Sie mich impfen? Ich lasse mich impfen, ja. Warum? Weil ich mich verantwortlich fühle für die Bewohner. Und wenn noch nicht klar ist, ob es quasi die Übertragung verhindert? Wenn man gar nichts macht, hilft es auch nicht. Man kann auch langfristige Schäden der Viruserkrankung haben. Ich lasse mich nicht impfen. Nein, ich lasse mich nicht impfen. Ich kann nicht sagen, ich mache es nie. Vielleicht kann ich mich im Moment noch nicht dazu entschliessen. Darf ich mich auch noch fragen, ob ihr gut impfen? Ich selber, ich lasse mich impfen. Also, ich mache eine Corona-Impfung heute. Ich bin einfach nicht bereit, ich kann es nicht richtig begründen. Und bei euch noch? Ich lasse mich nicht impfen. Nein. Ist das grundsätzlich ein Vorbehalt, oder hat es mit dieser Impfung zu tun? Nein, ich impfe mich grundsätzlich nicht. Ja. Aber es ist auch schön, dass wir die Freiheit haben, selber zu entscheiden. Und wir haben keinen Druck. Wir haben keinen Druck. Wir haben keinen Druck. dass der Impfungsschatz schon wieder ein anderer ist. Innerhalb der Gesellschaft, glaube ich, bringt sie jetzt wieder wirklich diese Impfbefürworter und Impfgegner massiv weit auseinander. Ich habe das Gefühl, dass diese Impfung jetzt wieder wirklich spaltet. Ich habe Neuigkeiten vom Altersheim, das seinen Mitarbeitern mit Kündigung gedroht hat. Zuerst sah es dann aus, als würde das Heim vor der Kamera Stellung nehmen. Doch auf das Mal war alles anders. Also, das Altersheim hat jetzt entschieden, dass sie vor der Kamera nicht begründen wollen, warum sie Mitte Januar an ihr Personal ein Impfobligatorium verschickt haben. Dann haben sie ihnen gesagt, wenn sie sie nicht impfen lassen lassen, dann gibt es eine Verfahrenung und dann die Kündigung. In ihrer schriftlichen Stellungnahme schreibt man zu Heim später, sie möchten anonym bleiben. Sie haben Angst vor Übergriffen von Militanten, Corona-Skeptikern und Impfgegnern. Weiter schreibt man die Heimleitung, die Kündigungsandrohung sei ein Fehler gewesen. Das sei jetzt korrigiert. Und übrigens, das Schreiben haben nur die Nichtimpfwilligen bekommen. Aber an der Weisung hält sie fest. Wer sich nicht impfen lassen lassen, müsste es schriftlich begründen oder mit einem Arztzeugnis belegen. Für die einschneidenden Massnahmen haben sich zu Heim entschieden, weil schon viele Bewohner an Covid gestorben sind. Ob eine solche Weisung zum mittigen Zeitpunkt rechtlich verhält, ist völlig unklar. Es ist einfach alles momentan durcheinander. Es ist einfach kein Leben, oder? Keine Ahnung, fast wie eine kleine Depression. Je länger, je mehr. Und ich glaube, es fühlt sich recht viel so wie ich, dass man auch einfach will, dass es aufhört. Und wenn die Impfung eine Möglichkeit ist, das zu bewirken, dann ist sicher ein sehr grosses Argument dafür. Hallo! Ich glaube, als Bürger muss man sich ein bisschen damit abfinden und sagen, man hofft, dass sie wissen, was sie machen. Und es scheint ja jetzt schon zu funktionieren. Ich hätte gerne das Volk-Restaurant. Das versteht mich nicht falsch. Es wäre für mich ein Traum, wieder mal laute Musik und alles voll Gäste und Wein trinken und auch den Lärmpegel. Aber ich glaube, es ist jetzt einfach nicht Zeit dafür. Danke und einen schönen Abend. Tschüss. Ciao. Impfen oder nicht impfen, was ist eure Meinung? Und wie findet ihr die Stimmung in diesem Land? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentarspalten hier unten und abonniert unseren Kanal. bis zum nächsten Mal. Also, wir sehen uns im Öffner in der nächsten Mal. Vielen Dank.